Moin, ich bin Timo von 48.1 und wir sind hier beim Kapelle Petra Konzert und wir schauen uns einfach mal an, wie das hier in der Sputnikar heute Abend so wird. Die Rückseite und die Freunden, die Pärchen sind nicht unbedingt rockbollen. Mit diesen kleinen Händen zwischen Martin Sox und der ganzen Schimmelfang, der weißen Lechstosen, Zorbaivertraining am Asee ist nicht unbedingt rockbollen. Gehen wir auf Konzerte? Schuhe schon mit der Freude Im Winterschlussverkauf Bis man denkt, Narkose wär's toll Ist nicht unbedingt Rock'n'Roll Und als Steige und ein Rock'n'Roll Steh' da so ernst, dass du mein'n Zell Duschen geh'n, im Wacken sagt man, man sei bestät Im Winterschlussverkauf 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.